Hallo und herzlich willkommen bei Weinverstehen, weichgemacht, dem Podcast für wirklich alle, die mehr über Wein erfahren möchten und mehr Weinkompetenz erwerben möchten. Mein Name ist Florian Bolt, ich bin Weinakademiker und freue mich sehr, dich zu dieser Jubiläumsausgabe der 50. Ausgabe meines Wein-Podcasts begrüßen zu dürfen. Titel und Thema dieser 50. Ausgabe ist der Südtirols Rotwein oder Rotweine aus Südtirol, je nachdem wie man es dreht und wendet, aber ich möchte natürlich diese Jubiläumsausgabe schon dazu nutzen, um euch einen kleinen Rückblick zu verpassen, was in den letzten 50 Episoden passiert ist und wie es auch in Zukunft weitergehen soll. Ja, die Idee für meinen eigenen Wein-Podcast ist Mitte 2018 entstanden und hat dann einiges an Vorarbeit benötigt, insgesamt fast ein halbes Jahr, bis das Konzept stand, bis das Logo fertig war, bis der Titel fertig war und natürlich last but not least auch eine begleitende Blogseite zu erstellen war. Los ging es dann am 08.12.2018 mit einem kurzen Prolog, der nur 10 Minuten dauert, aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich, glaube ich, fast anderthalb Stunden vorm Mikro verbracht habe, bis dann letzten Endes 10 Minuten beisammen waren, die ich für sendenswert gehalten habe oder mit denen ich mich dann an die Welt gewandt habe und mich getraut habe, ihn zu veröffentlichen. Und die erste richtige Episode ist dann noch vor Weihnachten am 15.12. erschienen mit dem wichtigen Titel Wein mit allen Sinnen erleben, wo es, glaube ich, dann zunächst mal um alle beteiligten Sinne beim Weingenuss ging. Ich habe mich dann entschieden, einen dreiwöchentlichen Rhythmus aufzusetzen und beizuhalten bis zum heutigen Tag, was gar nicht so leicht ist, wie man vielleicht sich das vorstellt. Aber gerade wenn man noch hauptberuflich relativ eingespannt ist, dann ist dieser Rhythmus schon eine Challenge. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, natürlich beim Podcast auch eine gewisse Regelmäßigkeit beizubehalten. Der erste große Themenblock war dann quasi eine Heranführung an das Thema Wein. Zunächst mal haben wir uns ja mit den Weinfarben beschäftigt und dann auch mit der Weinqualität. Und dann gab es auch schon eine erste Sondersendung, ein Mitschnitt von der ProWein 2019, auch tatsächlich die letzte ProWein, auf der ich war, die auch stattgefunden hat, weil dank Corona ist ja 20 und 21 die ProWein in Düsseldorf ausgefallen. Wir haben dann ein paar Vorstritt durch die wichtigsten Weinstiele gemacht und das hat uns dann auch tatsächlich bis zu WVLG 30, würde ich sagen, beschäftigt. Also bis in den August 20 hinein, bis wir alle wesentlichen Weinstiele besprochen haben, wo ich glaube, dass man die kennen muss. Auch viele Aspekte von der Weinerzeugung, sprich biologisch, biodynamisch, die Süßweine, die aufgespritteten Weine, all das, was ich gelernt habe und was ich einfach auch als wichtig empfinde zu wissen, wenn man sich mit dem Thema Wein ein bisschen näher beschäftigen möchte. Ja, und mit WVLG 31 vom 19.09. mit dem Titel Deutscher Weißwein Teil 1 ist dann das nächste große Thema, der nächste große Themenblock gestartet worden mit dem Überbegriff Wein aus deutschsprachigen Ländern. Zunächst haben wir uns natürlich Deutschland zugewendet, auch mit einer Reihe von Interviews und für mich persönlich bestimmt bis dato vielleicht das Highlight an Interviews, ein Stück weit auch ein Ritterschlag, würde ich es mal nennen, das Gespräch mit Stuart Pickett, was am 12.12.20 als BVLG 35 erschienen ist, wo wir über seine Arbeit und insbesondere seine Arbeit beim Gut Hermannsberg gesprochen haben und auch einen phänomenalen Gutsriesling besprochen und verkostet haben. Nach Deutschland ging es dann weiter nach Österreich, was einen sehr großen und breiten Raum eingenommen hat, worüber ich aber eigentlich sehr froh bin, weil einfach die Qualitätsbreite in Österreich phänomenal ist. Da sind uns unsere Nachbarn uns, glaube ich, auch ein Stück weit ein Schritt voraus, wie uns auch Gerhard Retter dann im WVLG 44 berichtet hat vom 19.06.21. Und es hat mir einfach riesen Spaß gemacht, fast jede Region in Österreich zu beleuchten mit ihren autochtonen Rebsorten, mit ihren verschiedenen Stilen und Auswirkungen der Klimata etc. Ihr habt es ja alles gehört. Und es hat mir riesigen Spaß gemacht und hat einfach gezeigt, dass dieses Format so gut funktioniert, weil man sich wirklich in der ganzen Breite und Tiefe sich einem Thema widmen kann, ohne in irgendwelche Sendepläne oder Zeitbegrenzungen reinpressen lassen zu müssen. Da stehen wir auch fast jetzt. Bis vor kurzem habe ich mich ja dann dem Thema Südtirol gewidmet. Das ist dann im September diesen Jahres geschehen mit Weißwein aus Südtirol, WVLG 48. Und Südtirol kommen auch noch ein paar spannende Interviews. Südtirol wird uns bis zum Ende des Jahres noch beschäftigen. Auch einer meiner Lieblingsanbaugebiete. Nicht zuletzt, weil es für mich ja auch eine gern besuchte Urlaubsregion ist. Und dann gibt es ja noch ein paar Länder in Europa, wo Deutsch gesprochen wird, mehr oder weniger in Anführungszeichen, nämlich die Schweiz und das Elsass. Das wird sich auch noch bis, glaube ich, kann man schon sagen, vielleicht sogar das ganze nächste Jahr noch hinziehen wird, bis wir dann alle deutschsprachigen Anbaugebiete in ihrer ganzen Detailliertheit besprochen haben. Und ein kleines Schmankerl gibt es noch, das möchte ich aber euch nicht verraten. Und da gibt es noch ein kleines Anbaugebiet, was ich euch im Rahmen eines Interviews noch präsentieren möchte, was ich selber auch gar nicht auf dem Schirm hatte. Ja, wie soll es weitergehen? Ich bin ja in meinem Hauptberuf, Corona-bedingt auch seit mehr als 18 Monaten auf Eis gelegt, wenn man so sagen möchte, bin da kalt gestellt. Und habe die Zeit ja genutzt, nicht zuletzt jetzt auch diesen Podcast voranzubringen. Ihr habt es ja als treue und langjährige Hörer ja vielleicht auch mitbekommen. Das Konzept, der Inhalt, die Struktur des Podcasts hat sich gerade am Anfang schon durchaus gewandelt. Aber ich bin jetzt mittlerweile sehr zufrieden damit, wie es ist. Sprich, wir fangen immer an mit einer kurzen Einleitung. In Zukunft auch mehr bezahlter Inhalt möchte ich gar nicht verheimlichen. Bin ich auch sehr froh darüber, dass ich Sponsorpartner gefunden habe und auch Episoden in Auftrag produziere, wo ich natürlich schon schaue, dass ich die gewohnte Qualität abliefern kann. Also es geht nicht darum, dass ich jetzt Sachen erzähle oder behaupte, die ich nur sage, weil ich dafür bezahlt werde. Das möchte ich aufs Peinlichste vermeiden. Nein, ich möchte auch bei den bezahlten Episoden und der gesprochenen Werbung meinen Qualitätsanspruch, mein Niveau, was ihr von mir gewohnt seid, auch in diesen Episoden beibehalten. Ja, wie kann das gelingen? Relativ einfach. Die Transparenz ist sehr wichtig. Man muss diese Episoden zum einen ja auch kennzeichnen. Aber bevor ich einen Gesprächspartner quasi in Auftrag nehme oder eher mich in Auftrag nimmt, besser gesagt, prüfe ich natürlich vorher die Qualität der Weine, auch den Ansatz, das Konzept des Weinguts oder des Betriebs, was immer das dann auch sein mag und schaue, ob es in meinem Konzept passt, ob das der Anspruch auf Augenhöhe ist und damit fällt es mir auch sehr leicht, trotz Bezahlung authentisch, ehrlich und kompetent in den Episoden zu agieren und ins Gespräch mit meinen Auftraggebern dann zu kommen. Ich hoffe, da auf euer Verständnis, ich kann euch nur versprechen, dass auch diese Episoden genauso interessant sind wie meine normalen Episoden. Ich denke, ein ganz gutes Beispiel war ja jetzt auch die Sondersendung 06 vom 16.10., wo wir die neuen alkoholfreien Weine vom Weingut Löffler aus Baden besprochen haben. Ja, Corona ist nochmal ein Stichwort. Zum einen geht es ja jetzt wieder in den Herbst und Winter rein, das heißt, es ist jetzt wieder die heiße Zeit für Weinproben, Weinseminare, Weinkurse. Ich hoffe, da auch wieder sehr gut gebucht zu sein, so wie letztes Jahr. Also ich biete nach wie vor auch diese Saison Online-Weinproben an, aber dank der reduzierten Corona-Auflagen oder der 3G-Maßnahmen, wenn man so möchte, es sind natürlich auch Präsenzveranstaltungen wieder möglich. Soll heißen, wenn ihr im privaten Rahmen oder im Firmenrahmen eine moderierte Weinprobe mit mir machen möchtet, entweder online, Skype, Zoom, Teams, was auch immer, oder eben auch eine Präsenzveranstaltung, eine Präsenzweinprobe bei euch zu Hause, in der Firma, in einem Restaurant oder Hotel, was auch immer, meldet euch gerne bei mir und dann schnüre ich euch ein ganz individuelles Paket, was wir dann an den schönen und unterhaltsamen Weinabend gemeinsam verbringen. Das wird diesen Herbst auf jeden und Winter auf jeden Fall noch möglich sein. Ich rechne damit, dass ich hauptberuflich dann ab Q2 nächsten Jahres wieder sehr stark eingebunden sein werde. Soll heißen, es wird einiges an Schulungen auf mich zukommen. Ich hoffe wirklich sehr, dass es mir trotzdem gelingt, den dreiwöchentlichen Podcast-Turnus beizuhalten. Ich gebe da mein Bestes. Aber natürlich geht mein Hauptjob auch vor. Also seht es mir an dieser Stelle schon mal nach, wenn mitten nächstes Jahres dann die Podcast-Episoden und vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht so in dem verlässlichen Rhythmus erscheinen, wie es die letzten drei Jahre der Fall war. Ja, wie geht es weiter? Wir besprechen, wie gesagt, die deutschsprachigen Weine noch und dann ist dieser große Themenblock auch zu Ende. Mal gucken, wie lang sich das eben hinzieht. Und dann gehe ich mal tief in mich, ob ich dieses Podcast-Format noch weiter verfolge. oder ob es einen neuen Podcast gibt. Ich habe hier und da auch noch eine Idee. Stand heute ist das aber erst in anderthalb Jahren zu entscheiden. Und vielleicht schaffen wir es ja auch, dann den Selbstanspruch mit der dreistellig gewählten Episoden-Nummer dann doch auszunützen. Und vielleicht schaffe ich es ja tatsächlich auch, die 100 Folgen voll zu machen. Was mir aber wichtig ist und was ich jetzt fast sträflich vergessen habe, ich möchte mich natürlich bei euch auch in erster Linie mal bedanken für euer Interesse, eure Geduld, eure Treue. Ich weiß, ich habe eine ganze Reihe von Hörern, die von der ersten Stunde an auch da sind. Und ich habe ja auch versucht, mit den verschiedenen Angeboten mit euren Interaktionen zu treten und einen Mehrwert euch zu bieten. Also soll heißen, wir haben ja nach wie vor noch die Chat-Plattform Throne. Die hat sich jetzt nicht so aus der Weisheit als letzter Schluss erwiesen. Aber was ganz gut läuft, wo ich auch sehr froh drüber bin, ist die Facebook-Gruppe mit dem gleichen Namen wie der Podcast, also Weinverstehen leicht gemacht, mit knapp 400 Mitgliedern. Und ich bin mir sicher, im Winter werdet ihr auch wieder mehr Lust haben, da an Postings oder Diskussionen teilzunehmen. Das Ganze wird natürlich wie immer flankiert, auch durch meinen Instagram-Channel. Das habe ich ja auch fokussiert, habe meine Accounts zusammengelegt, wo ich die Weine poste, auch mit Reels und wo man mir quasi auch folgen kann und natürlich auch über Instagram und Facebook mit mir in Kontakt treten können. Das ist mir tatsächlich noch ein sehr wichtiges Anliegen. Ich freue mich immer, von euch zu hören. Ihr könnt dazu auch das Sprach-Plugin auf meiner Webpage weinpodcast.de nutzen mit dem Plugin Voisy. Dort könnt ihr auch eine Sprachnachricht dann hinterlassen, die ich dann auch sehr gerne in den Episoden wieder einbaue, als Hörerfrage oder als Kommentare, wie zum Beispiel beim letzten Mal hat sich ein Erich gemeldet aus der Schweiz, der beitragen konnte, dass die höchsten Weinberge in der Schweiz liegen und nicht in Südtirol. Das fände ich einfach total klasse beispielsweise, weil so wir alle voneinander profitieren und keiner weiß alles und je mehr Interaktionen und Beiträge von euch können, desto abgerundeter, vielfältiger und auch hier und da vielleicht richtiger wird letzten Endes der verbreitet. Also werdet Mitglied, wenn ihr bei Facebook seid. Dort können wir uns dann jederzeit austauschen oder ihr könnt natürlich auch ganz oldschool eine E-Mail schreiben oder mich auch gerne anrufen. Und ja, damit soll es der kleine Rückblick zunächst beendet sein. Ich hoffe, ihr findet sehr viel Gefallen nach wie vor an meinem Podcast, Löchert mich mit Fragen, macht auch gerne Themenvorschläge, sehr, sehr gerne oder was ihr euch generell wünschen würdet. Vielleicht auch eine kleine inhaltliche Anpassung. Darüber würde ich mich sehr freuen, weil letzten Endes mache ich das ja alles, um euch einen Mehrwert zu bieten, euch Freude am Wein zu vermitteln, mehr Kompetenz anbieten zu können, damit auch euer Weinerlebnis, euer nächster Weinkauf letzten Endes besser gelingt und ihr auch mehr Freude am Wein habt, weil meine Philosophie ist einfach, Wein ist ein erklärungsbedürftiges Produkt und je mehr man weiß, desto mehr Spaß macht er einfach, wenn man ein bisschen Aufgeschlossenheit und Experimentierfreude mitbringt. In diesem Sinne bleibt mir weiterhin gewogen, meldet euch bei mir, schließt die Feedbackschleife, stellt mir Fragen, bucht auch einen Online-Weinkurs, auch das vielleicht nochmal aus kleiner Teaser. Zum 50. Jubiläum meines Podcasts biete ich euch einen 10-prozentigen Gutschein für meine Online-Weinkurse, also nur für die Kursgebühr auf der Seite online-weinkurs.de an. Dort könnt ihr dann in der Kasse, auf der Kassenseite, den Gutscheincode eintragen und kriegt so 10% auf die Kursgebühr und damit hoffe ich einfach auch nochmal hier auf einer ganz systematischen und auch, wie soll ich sagen, vielleicht ein bisschen nüchtereren Art und Weise, euch die Zusammenhänge in der Weinwelt zu erklären, um eben euren Wissensdurst, um im Bild zu bleiben, auch an der Stelle im Rahmen eines Video-on-Demand-Angebots anzubieten, wo ihr die Weine, die Weine sage ich schon, die Videos beliebig oft anschauen könnt. Ihr könnt bei mir dort auch die Weine oder Stellvertreter-Alternativ-Weine bestellen, um eben die praktischen Übungen dann auch ganz bequem von zu Hause aus nachzuempfinden. Also, damit soll es jetzt wirklich genug sein. Ich glaube, ich habe auch nichts vergessen. Ich schaue gerade nochmal auf meinen Zettel. Nee, das soll es gewesen sein. Ich freue mich über euer Zuhören, eure Feedbacks, über neue Hörer. Ich arbeite ständig dran, auch unter den Top 12 in der iTunes-Kategorieübersicht Essen drin zu bleiben. Ist auch nicht so leicht, weil ständig neue Podcasts kommen. Und ich finde, das danke ich euch, dass ihr auch so zahlreich mir zuhört und vielleicht auch den Podcast weiterempfehlen könnt, weil so macht es einfach Spaß, wenn man auch einen gewissen Erfolg, stetigen Erfolg genießen kann. In diesem Sinne starten wir jetzt aber endlich auch in das Thema Rotweine aus Südtirol. Ja, Südtirol bietet ja nicht nur ausgezeichnete Weißweine, wie wir in den letzten beiden Episoden ja kennengelernt haben. Natürlich en detail und in einer faszinierenden Art und Weise in dem Gespräch mit Armin Kratl von der Eisackthaler Genossenschaftskellerei, sondern wie wir dort in dem Gespräch ja auch erfahren haben, war gar nicht mal bis vor allzu langer Zeit, Südtirol ja in erster Linie ein Rotwein-Anbaugebiet. Das hat sich jetzt in den letzten, ja sagen wir mal 30 Jahren vielleicht sehr stark verändert in Richtung Weißweine. Und wenn wir jetzt davon sprechen, dass Südtirol ein Rotweinland war, dann spielen da im Prinzip zwei Rebsorten die entscheidende Rolle und im Grunde eigentlich nur eine und das ist nämlich der Fernatsch. Der Fernatsch ist eine rote Rebsorte, eine Rebsorte, die eher auf der Blassenfarbe ist, auf der Blassenseite mit ihrer Farbe ist, sehr große Beeren und sehr große Trauben hervorbringt und damit grundsätzlich auch eine Rebsorte ist, die für hohe Erträge sich eignet, wenn man es so nennen möchte. Und der große Vorteil und warum es auch dort in Südtirol zunächst so weit verbreitet war, ist natürlich eine Winterkälteresistenz und natürlich auch eine entsprechende Reifung in einer verhältnismäßig kühlen Region. Der Fernatsch ist im Prinzip aber eine Rebsortenfamilie. Da gibt es verschiedene Spielarten und die wichtigste heutzutage ist der sogenannte Großvernatsch. Aber das steht auch eher selten auf den Etiketten drauf. Der Fernatsch ist in Deutschland auch bekannt, dort unter dem Namen Trollinger, wo er in Württemberg seine neue Heimat gefunden hat. Und auch wenn es dort natürlich löbliche Ausnahmen gibt, aber auch in Württemberg ist der Trollinger eher so der einfache Trinkwein, der, hat man mir mal erzählt, unter der Woche getrunken wird, wenn es günstig sein muss. Und am Wochenende wird dann der Lemberger getrunken. Also auch hier sieht man schon mit Augenzwinkern den Hinweis, dass es sich um einfache, gut zu trinkende, süffige Weine handelt, mit keinem allzu hohen Qualitätsanspruch. Also wichtig zu wissen, Großvermatsch und Trollinger ist das Gleiche. Und der Name Trollinger soll sich der Überlieferung nach eben auch ableiten von seinem ursprünglichen Namen, nämlich Tiroler, weil eben diese Rebsorte in der Gegend Ummeran und Bozen autochton ist. Und damit hat sich der Name Trollinger quasi dann im Laufe der Zeit wahrscheinlich dann Richtung Trollinger weiterentwickelt und ist unter diesen Namen in Deutschland und insbesondere in Württemberg oder fast ausschließlich Württemberg zu Hause und dort auch geschätzt. Der Vernatsch, muss man aber wissen, ist auch Grundlage für zwei sehr bekannte Weinstiele, die es auch mittlerweile zu DOC-Rang geschafft haben. Und das hat bestimmt jeder schon mal gehört, der in Südtirol Urlaub gemacht hat, nämlich der sogenannte Sankt Magdalena und der Kalterer See. Also zwei Ursprungsbezeichnungen im weitesten Sinne, auch im engeren Sinne, weil wie gesagt, beide haben DOC-Charakter. Ursprung deswegen, weil Sankt Magdalena eigentlich mal ursprünglich ein kleines Örtchen vor Bozen war, was mittlerweile eingemeindet ist. Und die Ursprungsbezeichnung schließt auch die Weinortschaften, kann man fast nicht sagen, die Weinweiler oder eingemeindeten Ansiedlungen, umfasst die DOC Sankt Magdalena, was sich alles im Wesentlichen im Norden und Nordosten vom Bozen erstreckt. Und dort wurde eben früher in verschiedenen kleineren Weilern, die alle mit irgendeinem Heiligen auf dem Zusammenhang stehen. Und hier eben auch der Ort Sankt Magdalena mit der gleichnamigen Kirche ist der Namensgeber für diese Weinstiel mit COC-Charakter und wird eben zum größten Teil aus Vernatsch gemacht und heutzutage mit kleinen Anteilen an Lagrein, auf denen ich gleich zu sprechen komme und den wir ja auch probieren werden gleich. Kalterer See, dasselbe in grün. Kaltern ja nicht mehr im Talkessel vom Bozen gelegen, sondern oberhalb vom Kalterer See. Südtirol ist ja überraschenderweise gar nicht so stark gesegnet mit Seen, da Kalterer See, glaube ich, einer der größten Seen Südtirol ist und gleichzeitig auch einer der wärmsten und auch windigsten, weil eben die Luftmassenbewegung im Tagesverlauf am Kalterer See durchaus für stärkere Winde sorgt. Der sogenannte Ora ist zum Beispiel einer, der einfach durch die Erwärmung der Luftmassen für eine Bewegung sorgt, die letzten Endes auch dazu beiträgt, dass der Nordteil des Gardasees so windig ist, weil durch das enge Tal diese Luftmassen durchströmen müssen und damit im Tagesverlauf für zunächst mal wechselnde Windrichtungen verantwortlich ist von Nord nach Süd und dann später von Süd nach Nord, weil einfach hier die Temperatur und Dichte Unterschiede zu starken Luftmassenbewegungen sorgen, was jetzt, jetzt kommen wir wieder auf den Wein und weg vom Surfen, weil einfach das auch für eine gewisse Abkühlung sorgt und das ist eben auch schon dann oberhalb am Kalterer See deutlich mehr zu merken, wie es beispielsweise im Talkessel von Bozen der Fall ist. Also Kalterer See trinkt man ja auch ganz gerne im Törgelkeller in Kaltern oder auch auf anderen Törgelen-Veranstaltungen wird der Kalterer See angeboten, ist letzten Endes nichts anderes auch wie Vernatsch, genauso wie der Sankt Magdalena. Und last but not least, sei noch erwähnt, der Meraner Hügel ist auch aus Vernatsch, allerdings der anderen Spielart Grau Vernatsch und weil ja der Tirolinger, es gibt ja überall von Meran das Örtchen Tirol, soweit ich weiß, auch Namensgeber für das ganze Bundesland oder die ganze Region, dort kam er ja eben her, der Vernatsch und der Tirolinger Trollinger hat da seinen Namen eben auch her, aber Meraner Hügel heute als Bezeichnung für Vernatschweine deutlich seltener wie die beiden ganz großen Zugpferde Sankt Magdalena und Kalterer See. Ich verkoste heute aber kein Vernatsch mit euch, zum einen kennt ihr ja vielleicht die Trollinger oder eben auch die beiden eben erwähnten Vernatsch-Schweine aus Südtirol. Ich würde lieber, oder das mache ich auch gleich, würde gerne mit euch einen Lack Rhein verkosten. Also das zweite wichtige Standbein, eine Rebshorte, die auch aus Vernatsch entstanden ist. Es ist eine Kreuzung eben aus Vernatsch und Terroldeccio, eine rote Rebshorte aus dem etwas südlicher gelegenen Trentino. Auch sehr fruchtige, sehr schöne Weine, wie ich finde, trinke ich eigentlich auch ganz gerne. Und die beiden wurden eben gekreuzt und daraus wurde letzten Endes der Lack Rhein, der auch schon durchaus eine alte Rebshorte ist. Ursprünglich, lustigerweise war es zunächst mal, der Name besteht schon länger, war es ein Weißwein und dann ist der in Vergessenheit geraten oder wurde nicht mehr angebaut. Und heutzutage, seit mindestens 100 Jahren, ist Lack Rhein eben ein Name für eine rote Rebshorte, wo ein Elternteil eben der Vernatsch ist und für mein Dafürhalten als autochtone Rebshorte in Südtirol noch das zweite wichtige autochtone Standbein für die Südtiroler Rotweine. Und diese Weine gelingen oft mit viel höheren Qualitätsanspruch, eignet sich auch sehr gut für Holzfassausbau, ist vielleicht auch einfach der qualitativ höherwertigere Wein, der mir persönlich dann auch ein bisschen mehr Spaß macht wie der leider allzu oft gefällige Vernatsch. Ja, ich habe mich für ein Lack Rhein von der Weingut oder auch Genossenschaft Schreckbichl entschlossen. Ich habe das Weingut auch schon selber besucht. Schreckbichl ist ganz in der Nähe von Bozen, also wo es dann quasi die Staatsstraße bergauf geht Richtung Kaltern, St. Michael in Eppern, unser zweiter Wein, kommt er dann aus dem Nachbarort St. Michael und Schreckbichl ist dann gleich auf der linken Seite auf diesem Felsfuß, wenn man es so beschreiben möchte, der in das Etchtal reinreicht, 200 Meter ungefähr oberhalb der Talsohle gelegen auf einem Hochplateau würde man es vielleicht beschreiben können und damit eben auch klimatisch schon ganz anders wie der Bozener Talkessel. Schreckbichl wie gesagt ein sehr schönes Weingut, eine schöne Kellerei, die ich auch eben selber schon besucht habe, typischerweise, wie wir es ja erklärt bekommen haben, mit einem größeren Sortiment. Interessanterweise stellen die den roten Lackrein im Augenblick gar nicht mehr her, sondern nur den Rosé, der übrigens in Südtirol dann auch Kretzer genannt wird und Lackrein ist eine Rebshorte, die ganz gerne für die Roséweinerzeugung verwendet wird. Ja, ich habe den 2018er, wie gesagt, den Lackrein von denen, alle Etiketten aus der Classic-Serie sind einheitlich gestaltet, steht die Rebshorte, wie sie eben für deutschsprachige Weinanbaugebiete gern gemacht wird, steht die Rebshorte fett und breit vorne drauf mit der kleinen stilisierten Burg, die eben in Schreckbichel auch zu finden ist und auf der Rückseite erfahren wir dann eben, dass der Wein 13% hat und es wird auch ein bisschen was zu der Cantina erzählt und auf Italienisch natürlich auch Cantina Colterenzio, wenn ich das jetzt halbwegs richtig ausgesprochen habe. Ansonsten ist es eine ganz normale Burgunderflasche mit Granulatkorken, also macht auch Spaß beim Öffnen und ich schenke mir einfach mal ein Glas ein und was man hier schon sieht, ich nehme jetzt ausnahmsweise mal unter Tags auf mit Sonnenlicht, ja die Farbe des Weines ist schon sehr kräftig und schon eine gewisse Transparenz aber viel dunkler als der Fernatsch ist jetzt nicht eine so undurchdringliche Struktur wie man es jetzt vielleicht vom Cabernet oder so erkennt, also da erahnt man schon den eher farbschwachen Elternteil aber nichtsdestotrotz der Terroldecho ist eine sehr farbkräftige Sorte und die geben dann eben dies als Kind hier kommt eben so eine dunkelrubinrotige aber leicht transparente Weinfarbe heraus 2018 also schmaler wässriger Rand der Wein ist blitzeklar also ich denke mal eine ganz traditionelle Herstellung dann riechen wir mal rein den Wein ja schön bärig bisschen ja bärig ist eigentlich das erste ein bisschen schon eine Fruchtbombe vielleicht ein bisschen Terig sogar der Alkohol ist riechbar aber steht jetzt nicht im Vordergrund man merkt einfach es ist schon ein saftiger fruchtsüßer Wein vielleicht ein bisschen feige noch also schon eher auf der dunklen Seite warmen Seite wärmenden Seite ein bisschen ätherisch kommt er mir auch vor mag jetzt an den Alkohol liegen aber 13% ist jetzt auch nicht so dramatisch schwenke ich nochmal ja da verschiebt sich ein bisschen sehr reif wirkt er für mich auf jeden Fall ja und die ja die Lagen wo der Wein angebaut wird das sind in erster Linie sind das moränen Ablagerungsböden bis sandige Böden also das was man einfach in so Flusstälern in den Alpen ganz gern findet wo genau jetzt die Lagen sind wird hier nicht eingegangen es ist natürlich auch in dieser Genossenschaftskellerei so wie bei anderen auch viele Zulieferer viele Weinbauern die über ein größeres Gebiet dann letzten Endes auch verteilt sind okay ja macht schon Lust also ich finde schon da merkt man auch den Terroldecho ganz gut raus der eben auch ein bisschen auf der marmeladigen Seite oft ist Fruchtbombe darstellt das merkt man jetzt hier schon auch raus also ich finde schon dass es durchaus ansprechend ist es ist jetzt nicht der absolute Wahnsinnswein das würde ich jetzt nicht sagen aber jetzt einfach so als unkomplizierten unkomplizierten Essensbegleiter kann ich mir das durchaus vorstellen probieren wir mal ja auch im Mund durchaus fruchtig schön beerig kommt vielleicht noch eine schöne Kirscharomatik dazu durchaus lang hat auch durchaus Struktur mit dem mit den leichten Tanninen also es nicht wahnsinnig astringierend man hat jetzt kein staubiges Gefühl ein trockenes Mundgefühl ein kerniges Mundgefühl das hat man nicht aber man merkt schon eine gewisse Struktur und auch ein bisschen Gerbstoffe ja es hat es hat Marmelade vom Terroldetscho auf jeden Fall der schmeckt da einfach raus die Säure ist eher zurückhaltend macht den Wein durchaus ein bisschen breiter gefällig auch ich denke der ist auch nicht hundertprozentig trocken ausgebaut wenngleich hier das schon ein bisschen täuschen kann weil einfach durch dieses marmeladige beerige eingekochte Kirschen hat man natürlich automatisch immer diese leichte Verführung im Kopf dass hier Süße am Spiel ist rein durch die Aromen die man ja schmeckt also mir schmeckt er schon ich finde ihn durchaus lecker anspruchsvoller wie vielleicht ein Fernatsch könnte man jetzt in Schreckbichel auch parallel verkosten die haben auch Kalterasee im Angebot St. Magdalene im Angebot Rosé Grätzer also Rosé lag rein was bei uns eben aus Weißherbst oder Rosé bezeichnet werden würde heißt dort eben Grätzer da könnte man noch mal probieren in welche Richtung einem das besser gefällt aber wer ja diese saftigen marmeladigen Weine mag also ich denke vielleicht auch an Primitivo oder wenn es ganz hochwertig ist vielleicht auch eine Amarone oder Terroldecho wenn er den schon mal im Trentin getrunken hat wie gesagt ich mag sowas durchaus eher leichtere Variante die auch Standalone ohne Essensbegleitung für mich auch durchaus Sinn macht wegen der eher zurückgesetzten Säure kann ich mir vorstellen dass er vielleicht ein bisschen zu kämpfen hat aber wenn man es dann wieder kombiniert mit irgendeinem Sößchen oder fruchtbetonten Gelees oder was einem da auch einfällt dann glaube ich funktioniert es auch wieder sehr gut so dann kommen wir jetzt zu unserem zweiten Rotwein von der Kellerei Genossenschaftskellerei St. Michael Eppan also wenn ihr vom Bozen kommt die Strada 42 hochfährt beziehungsweise wenn ihr in dem Örtchen Schreckbichel wart die Weinstraße dann kommt ihr durch Girlan fahrt dann einfach weiter nach St. Michael und dort ist dann auf der linken Seite auch der schöne Verkostungsraum dieser tollen Kellerei zu finden übrigens ich war natürlich auch schon dort aber Anlass damals war weil ich ja so eine Süßweintante bin wie ihr wisst habe ich über deren Süßwein Comtesse was gelesen ein Süßwein Impasito Verfahren hergestellt aus Riesling musste ich natürlich hin und probieren ich muss tatsächlich sagen ist schon einer der besten Süßweine die ich jetzt aus Südtirol in der Preisklasse zumindest probiert habe also wir probieren gleich den Pinot Noir Reserver von St. Michael Eppan aber aber ich möchte noch mal auf die anderen roten Rebs Horten in Südtirol nochmals zu sprechen kommen wir haben ja diese beiden Fernatsch und Lagrein autotone Rebs Horten damit so ein bisschen ein Identifikationsmerkmal Single Point of Sale oder wie man das dann auf Neudeutsch nennt aber man muss schon ehrlicherweise sagen dass alle oder die drei großen französischen roten Rebs Horten sprich Merlot Cabernet Sauvignon und auch Pinot Noir unser Spätburgunder dort auch hervorragend funktionieren und gerade weil wir ja gesagt hatten Südtirol ist zwar in Italien etwas südlich gelegen aber hoch und damit hohe Tag Nacht Wechsel in der Temperatur mit dem Erhalt der Säure was für die Weißweine ja gilt oder insbesondere gilt aber wenn man von kühlen Klimatar mit einer knackigen Säure spricht und dann an ein Rotwein denkt drängt sich natürlich der Spätburgunder auf da ist jetzt das Bozner Tal fast schon oder Talkessel fast schon zu warm das heißt die besten Spätburgunder kommen eigentlich meiner Meinung nach aus dem Finchgau und dort ist es noch kühler und dort funktioniert eigentlich fast noch eleganter ziselierter weil es einfach dort noch ein bisschen kühler ist wie jetzt vielleicht hier in der Bozner Gegend aber wir sind ja überhalb von Bozen mit den warmen thermischen Winden wie ich eingangs besprochen habe deswegen würde ich schon sagen dass Spätburgunder der dort ja auch ganz gerne Blauburgunder genannt wird schon eine große Daseinsberechtigung hat sicherlich nicht für Massenweine tauglich ist und auch eine starke Selektion benötigt aber die Südtiroler Spätburgunder muss man auf jeden Fall auch auf der auf dem Zettel quasi haben und ein Erzeuger der bei den ganzen Spätburgunder Challenges immer sehr weit vorne ist und den ich auch schon besucht habe und ich seine Spätburgunder einfach wirklich klasse finde ist das Bio-Weingut Stachelburg aus Patschins da sind man zwischen Meran und Naturens also am Eingang vom Finchgau und da diese Spätburgunder sind einfach schon wirklich klasse und werden auch entsprechend prämiert auf vielen Vergleichen aber nichtsdestotrotz wir probieren heute mal den von St. Michael Eppan auch sicherlich einer der bekannteren Weingüter und auch durchaus hoch dekorierten Weingütern und ich bin jetzt einfach mal selber gespannt wie dieser Wein ist aus auch relativ hohen Lagen zunächst mal im Stahltank vergoren dann im großen Tunneau ausgebaut und dann noch mal assembliert und weiter ausgebaut in den Holzfässern mit biologischen Säureabbau habt ihr ja schon erfahren was das ist an anderer Stelle ansonsten schaut noch mal in die Online Weinkurse rein da erfährt ihr dann auch in Kurs 1 ganz genau was damit gemeint ist ich habe jetzt den 2017 von mir wie sie es natürlich gehört in einer Burgunder Flasche vorne ja etwas sakral schon anmutend mit dem heiligen Michael Namensgeber des Ortes und der gleichnamigen Kirche natürlich auf dem Rückeneticket steht gar nicht so viel drauf eigentlich nur 14% wo es herkommt auf deutsch und italienisch und hier Blauburgunder und Pino Nero auf italienisch ist er eben unser Pinot Noir und im deutschsprachigen Südtirol heißt er dort eben Blauburgunder und nicht Spätburgunder so dann schenke ich mir jetzt mal nach dem ganzen Geräte einen schönen Schluck ein und ja die Farbe natürlich wie man es von Spätburgunder erwartet blass das ist auf jeden Fall blasser wie jetzt beim Lack rein aber so ist er nun mal auch mit einem breiten wässrigen Rand schön durchsichtig schön transparent kein undurchsichtiger Kern und der Wein ist natürlich auch geschönt soll heißen wir haben ja keinerlei Trubstoffe oder sonstiges ein brillant klarer Wein dann erstmal ungeschwenkt ins Glas reinriechen ja und hier ist einfach schon der große Unterschied er ist nicht marmeladig er ist eher zurückhaltend er kommt fast schon verschlossen daher im ersten Moment ein ganz leichter Anflug von Schattenmorellen und ein dezenter Anflug von rauchigen Aromen kalter Kamin vielleicht sogar ja also schon eher eine kühle Stilistik gepaart mit feinen eleganten zurückhaltenden Kirscharomen so wie man es vom Spätburgunder erwartet letzten Endes dann schwenke ich mal und schau mal was der Wein dann im Glas macht auf der Seite von St. Michael Eppan die Links findet ihr natürlich in den Shownotes seht ihr auch die empfehlen hier den Spätburgunder relativ kühl zu servieren sie sprechen hier ich schaue es gerade nochmal nach ich habe es schon wieder vergessen sie sprechen nämlich hier von 16 Grad das ist natürlich eher wenig 14 bis 16 Grad also schon auf der kühlen Seite aber wir kommen ja noch aufs Elsass zu sprechen dort wird der Pinot Noir noch kühler serviert dass sogar das Glas anläuft mit 12 Grad gehe ich dann nochmal in den entsprechenden Sendungen drauf ein aber da ist man schon als unbedachter überrascht wenn ein Rotwein so kühl serviert wird aber es passt einfach dazu weil Spätburgunder eben sich wohlfühlt in kühlen Klimata dann finde ich passt auch einfach vom mentalen Bild dazu dass diese Weine eben auch gekühlt serviert werden so dann schauen wir mal wie das geschwenkt ausschaut ja da zeigt sich die Frucht Aromatik dann schon deutlich kräftiger haben wir ja oft schon gehabt den Effekt dass ungeschwenkt die Weine die Holzfassaromen im Vordergrund stehen die Frucht ein bisschen Hintergrund tritt und hier ist es jetzt auch der Fall Reganon oder Thymian noch dabei Schatten Morelle schon vollreif gar keine Frage und ein schönes Spiel zwischen Frucht und Holz was eben das Wörtchen Reserva auf dem Etikett letzten Endes auch verspricht oder suggeriert auch hier haben wir Moränenschutt als Boden und die Weine Weinreben sind im Goyot erzogen also im ganz normalen Drahtrahmen und haben zum Teil sogar schon ordentliches Alter von 26 Jahren das finde ich dann immer schon schön dass man eben auch in ja das ist jetzt schon die Selektionslinie also nicht mal die Einstiegslinie aber in dem Preisniveau einfach dann schon auch in den Genuss von alten Rebstöcken kommt so dann probiere ich kickt rein sehr frisch sehr vital nicht zu spitz aber man speichelt schon ganz schön ein also da ist viel Säure drin laut den Analysedaten um die 6 Gramm also nicht allzu viel aber man merkt schon hier ist eine viel knackigere Säure am Start wie es beim Lackrein der Fall war und das macht natürlich dann auch sehr viel Spaß mit etwas fettreicheren Speisen weil dort die Säure dann dort einen Gegenspieler hat und sich die beiden Komponenten dann gut ergänzen die Tannine auch ich schmecke nochmal rein Tannine schon deutlich spürbar auch mehr wie beim Lackrein ist ja nicht die ganz große Domäne vom Spätburgunder aber schöner Grip feingeschliffen samtig bisschen zupackend keine Frage aber harmonisch man merkt einfach der Wein hat dadurch Struktur und Körper und halt auch länger im Mund nach weil die Tannine einfach den ganzen Wein als Ganzes im Mund besser haften lassen der Wein hat eine schöne Länge wie ich finde die Frucht ist gar nicht so kirschig also schon unverkennbar im Spätburgunder meine Frau beispielsweise mag die Kirsche das Kirschige vom Spätburgunder oft nicht so gerne ich würde jetzt den hinstellen weil er da einfach nicht so ausgeprägt ist ist eher ein bisschen auf der würzigeren Seite weniger primär fruchtig oder vordergründig fruchtig hat eine schöne Würze ist schon ein bisschen wuchtiger er hat ja auch 14 Prozent also hier merkt man dann doch die Wärme vom Bozner Talkessel ich weiß jetzt eben nicht genau wo wie gesagt auch hier wieder der Anbau war zwischen 350 und 550 Meter steht hier in Eppern Kaltern und Pinzern also schon nicht im Tal in der Sohle des Talkessels um Bozner oben schon ein bisschen höher gelagert aber es ist einfach wärmer man merkt es auch der Alkohol ist ein bisschen höher ist nicht mehr so feingliedrig ein bisschen breiter bisschen ja schon andere Stilistik aber wie gesagt für Leute die jetzt die absolute puristische Eleganz mit sehr ausgeprägten Kirscharomen nicht so gern mögen wie meine Frau beispielsweise denen kann man sowas durchaus hinstellen und zur als Essens Begleiter in Südtirol passt das natürlich sehr gut gerade wenn man jetzt vielleicht weinmäßig ein bisschen höheren Anspruch hat kann ich mir das hier einfach sehr gut vorstellen zu den Gerichten die in Südtirol gerne serviert werden durch die knackigere Säure der Wein ist länger hat auch gewisses Gegengewicht zu den deftigen Speisen da würde jetzt vielleicht ein Rheingauer Spätburgunder vielleicht ein bisschen eher die Puste ausgehen und hier haben wir eben schon was mit einem breiteren Kreuz und dann tut er sich auch mit der örtlichen Küche etwas leichter in Ring zu steigen und auch sich im Mund dann letzten Endes zu behaupten ja das war es zum Spätburgunder wie gesagt ich würde vielleicht sagen ist das durchaus eine Karte auf die in Zukunft auch gesetzt werden kann in Südtirol erwähnen möchte ich wie gesagt noch dass auch Merlot und Cabernet Sauvignon in Südtirol gut funktionieren allen voran der Merlot meiner Meinung nach gibt es wirklich sehr sehr gute in Südtirol möchte jetzt hier gar keinen explizit nennen auch wenn ich da einen im Hinterkopf habe aber geht mal selber auf die Reise konzentriert euch vielleicht erstmal auf die Autochton Rebs Horten dann geht den Umweg in Anführungszeichen über den Spätburgunder und dann probiert einfach auch nochmal die Cabernets und die Merlots reinsortig vielleicht auch als Cuvée und dann werdet ihr auch merken es wird hier in großer Kunst und in einer echt faszinierenden Breite französische Rebshorten im roten Bereich angebaut und erzeugt Weine erzeugt aus diesen Rebshorten die durchaus zu überzeugen wissen in den ganz besonderen Setting was wir eben in Südtirol haben sprich eine gewisse südliche Lage nicht zu südlich und die ganzen Challenges und Optionen Möglichkeiten die der Alpine Weinbau dann letzten Endes mit sich bringt deswegen laufen die autochtonen Rebsorten vielleicht ein bisschen Gefahr nicht mehr als die Aushängeschilder Südtirol anerkannt zu werden zumindest in Sachen Qualität ich denke mal St. Magdalena Kalterer See der Vernatsch und der Lagrein werden für immer und ewig natürlich mit Südtirol in Verbindung gebracht ganz klar aber sie taugen einfach nicht sich vielleicht auch als Anbau Gebiet qualitativ hervor zu tun und das ist ein bisschen die Krux weil natürlich Cabernet Merlot und Spätburgunder in vielen Anbau Gebieten zur Hochform auflaufen und dort perfektioniert werden und wenn ich jetzt hier als für Italien untypisches Anbaugebiet auf französische Rebsorten setze habe ich natürlich marketingmäßig und wahrnehmungsmäßig vielleicht ein kleines Problem mit in besten Wortsen aller Weltstrauben in Erscheinung zu treten deswegen ist auch ist es diese Spagat oder Gratwanderung wie uns Armin Grattel erzählt hat die für viele im Kopf stattfindet zum einen möchte man sich fokussieren man möchte ein Aushängeschild haben um sich am Markt behaupten zu können und auf der anderen Seite ist es selbst aus kleiner Anbauregion so vielfältig durch die steilen Täler und den alpinen Anbau dass einfach viele Möglichkeiten da sind die Autochton Rebsorten nicht für die absoluten Qualitäts Killer zu verstehen sind ist man gezwungen und nutzt auch das Potenzial mit anderen Rebsorten und so hat man natürlich einen sehr sehr breiten Rebsortenspiegel der eben jetzt es nicht leichter macht Südtirol mit einer Rebsorte vielleicht mit zwei für jede Weinfarbe eine in Verbindung gebracht zu werden und da hat mir das eben sehr gut gefallen von der Eisaktaler Kellerei auf den Kerner zu setzen die Frage ist gibt es was ähnliches auf dem roten Bereich vielleicht ließe sich ja aus den autochtonen Rebsorten noch mehr machen die drei großen französischen roten Rebsorten sind natürlich in der Wahrnehmung schon besetzt wenn man so möchte da wird es extrem schwierig da aus Südtirol rein zu grätschen aber spielt alles keine Rolle wenn man vor Ort ist umprobiert die Weine auch alle fünf roten die es so gibt aus Lagrein würde ich nochmal auch gerne den Turmhof erwähnen ganz im Süden von Südtirol ein ausgezeichneter Lagrein wird von der Kellerei Turmhof erzeugt probiert den vielleicht nochmal da sieht man vielleicht auch was möglich ist wenn man eine autochtonen Rebsorte pushen möchte ja das soll es gewesen sein von der Theorie und von der Praxis der Südtiroler Rotweine so und das war es schon wieder mit unserer Jubiläumsausgabe Nummer 50 von Weinverstehen leicht gemacht es hat die Rotweine Südtirols getroffen ich fand ja schöne Abrundung für das Thema Südtirol von der theoretischen Seite her oder Einführungsseite her die nächste Ausgabe von Weinverstehen leicht gemacht Nummer 51 erscheint dann am 13. November 2021 das wird ein Interview sein mit Hajo Lorca von dem gleichnamigen Weingut auch biodynamisch betrieben da freue ich mich schon sehr drauf und wir werden dort auch einen ganz besonderen Wein probieren auf den ich schon aufmerksam gemacht worden bin vor zwei Jahren fast von einem Hörer den treuesten Hörer den ich vielleicht habe nämlich Fabian der mich auf den Wein Timeless angesprochen hat was es damit auf sich hat auch den werden wir verkosten in dem gemeinsamen Gespräch mit Hajo Lorca das dann am 13.11. rauskommt und bis zum Ende des Jahres werden dann auch noch ein zwei Interviews folgen mal schauen was ich für euch noch im Köche habe wenn ihr einen Gesprächspartner habt oder Kontakte zu Weingütern die sich bei mir präsentieren möchten die sich aber auch einfach anbieten als Gesprächspartner dann vermittelt das gerne kommt auf mich zu und wir schauen ob ich es in irgendeiner Form einbauen kann ansonsten möchte ich nochmal an die Facebook Gruppe erinnern Weinverstehen leicht gemacht wer auf Austausch Lust hat oder auch Kommentare zu den Sendungen geben möchte kann das gerne in der Facebook Gruppe machen oder auch natürlich auf meiner Seite Weinpodcast.de da gibt es ja zu jeder Episode einen Blog Beitrag dort kann man auch Kommentare hinterlassen genauso wie es Erich eben beim letzten Mal gemacht hat zum Thema Weißweine aus Südtirol so das soll es gewesen sein ich freue mich auf euer Feedback auf eure Fragen auf eure Anregungen auf eure Themenwünsche und verbleibt wie immer euer Florian aus München genussreiche Grüße bis zum nächsten Mal Tschau Servus